Die Vermittlung des ehrlichen Mitteilens ist wirklich eine Sache, die mich immer wieder von den Socken haut. Das ehrliche Mitteilen ist eine so einfache Anleitung, viel einfacher als Stricken oder Häkeln. Sie besteht eigentlich nur aus drei Vorgaben, nämlich wie wir sprechen sollen und wie wir Satzanfänge zu bilden haben und was zum ehrlichen Mitteilen dazugehört. Die Gedankenebene, die Gefühlsebene und die Körperempfindungsebene. Also Denken, Fühlen, Spüren. Und trotzdem produziert der Verstand, das Ego natürlich immer wieder Probleme und Fragen und Zweifel weil das so radikal funktioniert, das ehrliche Mitteilen, dass eben dieses Ego erledigt ist, wenn wir das wirklich machen. Also kommt es auf immer neue Ideen. Ein Beispiel ist, dass jemand in Telegram geschrieben hat, wie teile ich innere Bilder mit? Da wurde geschrieben, was ist, wenn ich eine Lichtkugel, eine goldene Lichtkugel im Solarplexus wahrnehme? Wie soll ich das mitteilen? Die kurze Antwort ist, es gehört nicht zum ehrlichen Mitteilen, weil es ist nicht die Gedankenebene, nicht die Gefühlsebene und nicht die Körperempfindungsebene. Also damit ist das eigentlich erledigt. Man müsste sich das nur durchlesen. Die Beschreibung dann ist klar, das gehört nicht dazu, weil es sind keine Gedanken. Was sind Gedanken? Gedanken sind Sätze im Geist. Und wenn ich von inneren Bildern rede, dann sind das logischerweise keine Sätze im Geist. Also gehört das nicht dazu. Wenn wir innere Bilder sehen, können wir sagen, das gehört zu den inneren Sinnen. Das ist genauso wie, wenn ich innerlichen Klang höre. Das teile ich auch nicht mit. Das gehört nicht zum ehrlichen Mitteilen, weil das wie etwas Externes ist, auch nach draußen. Wir teilen ja auch nicht mit, wenn wir draußen zum Beispiel die Vögel singen hören. Das ist nicht Teil des ehrlichen Mitteilens, weil es nicht die inneren Ebenen betrifft. Und es gibt Sinne nach außen und Sinne nach innen. Das ist egal. Die Sinne sind nicht Teil des ehrlichen Mitteilens, sondern nur Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Jetzt kann man natürlich sagen, die Körperempfindung, das ist auch ein Sinn. Ja, auf eine Art schon. Nur der Körper, das ist das, wo unsere Insel ist. Prinzipiell stimmt das natürlich. Eigentlich geht es auch nicht um den Körper und die Körperempfindung. Für das, was wir sind, ist auch der Körper und seine Empfindung etwas Externes. Das nützt uns aber nichts, weil wir sind nicht an diesem Punkt. Wir brauchen den Körper als Verankerung. Also ist das Mitteilen der Körperempfindung Teil des ehrlichen Mitteilens. Aber die anderen Sinne nicht. Nicht. Immer wenn der Verstand irgendeine Unklarheit hat, eine Frage, Zweifel, was nicht versteht oder in Frage stellt, guck dir bitte das Merkblatt an zum ehrlichen Mitteilen. Da steht drin, was zu tun ist. Und alles, was da nicht dazugehört, da weißt du, das ist nicht Teil des ehrlichen Mitteilens. Da musst du nicht weiter drüber nachdenken. Und noch weiter runtergebrochen heißt ehrliches Mitteilen, ich fange jeden einzelnen Satz mit einem der drei vorgegebenen Satzanfänge an, die im ersten Merkblatt stehen. Und dann gibt es keinerlei Fragen mehr. Wenn ich das so mache, muss ich nicht fragen, wie ich innere Bilder kommunizieren soll. Das muss ich nicht. Wenn ich mich an diese Satzanfänge halte, da gibt es keine Diskussion dazu. Vielen Dank.